Jetzt ganz zum Schluss, aber nicht mit dem unwichtigsten Thema Markus. Markus von Wied, eine Organisation, die sich seit vielen, vielen Jahrzehnten für umverteilt und zwar auf internationaler Ebene einsetzt, die deutlich macht, dass das Leben mit den großen Industriestaaten auch auf Kosten derjenigen geht, die woanders leben, die deutlich machen, dass Steuern auch international umverteilt werden müssen, hat sozusagen das quasi Schlusswort. Markus von Wied, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Also wie Uwe schon gesagt hat gerade, arbeiten wir auch zu dem Feld, das auch schon der Lockupy-Kollege angesprochen hat, dass wir umverteilt nicht nur als nationale Aufgabe verstehen, sondern uns immer klar machen, dass derselbe Kampf auf der ganzen Welt geführt wird, sowohl in den Staaten, in den anderen, aber auch als Kampf um die globalen Ressourcen zwischen den verschiedenen Leuten. Und wir also immer darauf achten müssen, vor allem auch, wie wir als Industriestaaten, als Europa, als Deutschland in diesem globalen Umverteilungsspiel eine Rolle spielen. Wied hat sich seit zwei Jahrzehnten damit auseinandergesetzt und versucht immer zu zeigen, wie die Strukturen aussehen, die dazu führen, dass umverteilt wird global. Das betrifft den Bereich Handel, wie wir mit Freihandelsabkommen, mit der Internationalen Handelsorganisation dazu beigetragen haben, dass Ressourcen umverteilt werden, dass Staaten darunter leiden, wenn wir hier unsere Bründe, unsere Rechte schützen auf Kosten der Entwicklungs- und Schwellenländer. Wir haben jetzt gerade wieder große Diskussionen, auch über Freihandelsabkommen, mit Indien zum Beispiel, mit anderen Staaten, wo wir auch darauf achten müssen, dass wir nicht dafür sorgen, dass zum Beispiel indische Menschen darunter leiden, wenn wir hier unsere Patente schützen und ähnliches, oder wenn wir dafür sorgen, dass unsere Finanzmärkte andere Märkte überrollen, unsere Handelskonzerne andere überrollen. Hier müssen wir also dafür sorgen, dass wir nicht auf Kosten der anderen Staaten Profite haben. Ein anderer Bereich, wo ich vor allem dazu auch arbeite als Referent für Finanzmärkte, sind die internationalen Finanzmärkte, die auch natürlich dazu beigetragen haben in den letzten Jahrzehnten, dass bestimmte Leute extrem viel Reichtum anhäufen konnten und dass andere dafür umso weniger hatten und das eben die große Masse der Menschen ist. Und hier auch müssen wir dafür sorgen, dass endlich wieder Strukturen geschaffen werden in den Finanzmärkten, die es verhindern, dass Einzelne sich bereichern können. Wir kämpfen als ein Instrument, was natürlich nur ein kleiner Teil des Ganzen seit langem schon dafür, dass wir eine Finanztransaktionssteuer haben. Und die ist jetzt endlich auch in Europa so nah, dass wir hoffen können, dass da Gelder abgezogen werden, in wirklich großem Stil aus den Finanzmärkten. Es ist aber immer noch nicht ganz klar, wie viel davon dann eingesetzt wird, auch zur globalen Umverteilung. Und hier müssen wir dranbleiben und dafür sorgen, dass wirklich vieles von dem Geld auch für Entwicklung eingesetzt wird. Zum Abschluss noch, das Stichwort Steuern ist ja schon gefallen. Wir arbeiten unter anderem auch mit im Netzwerk Steuergerechtigkeit oder global das Tax Justice Network, das vor zehn Jahren gegründet wurde im Europäischen Sozialforum, unter anderem von der TAC von einigen sehr kompetenten Spezialisten aus dem Steuerbereich. Und jetzt endlich ist das Thema ja in den letzten Jahren ganz groß geworden, zuletzt mit Offshore-Leaks, aber es gibt schon seit Jahren eine immer größere Debatte. Und wir hatten letztes Jahr eine Studie des Tax Justice Network, die gezeigt hat, dass momentan global ungefähr 20 bis 30 Billionen US-Dollar an Schwarzgeld in den Steueroasen liegen und davon auch eben ein großer Teil aus Entwicklungsländern, aber auch aus Deutschland. Und dieses Geld müssen wir endlich aus diesen Schattenfinanzplätzen rausholen, zurückholen und uns damit auch wirklich wieder die Basis schaffen, um hier umzuverteilen in Deutschland, in allen Staaten der Welt. Vielen Dank. Vielen Dank.